Ausziehen! 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 Wieder! Wieder! Nein! Möchtest du dich hier nicht ausziehen? Nein! Hint ihr ja nein gesagt! Soll ich mich ausziehen? Ihr könnt mich mal am Arsch lecken! Inke Hülfkoll ist ein Hurensohn! Inke Hülfkoll ist ein Hurensohn! Ich höre höfbar, es ist ein Sexsymbol! Ich höre höfbar, es ist ein Sexsymbol! Freunde, Freunde, hören wir auf hier! Seid ihr noch da? Ja! Und jetzt frage ich die Ladies. Ladies, seid ihr heute bumsbar? Ja! Das Gesicht generell! Okay, ich frage kurz die Männer. Männer, seid ihr bumsbar? Ja! Ja! Dann sollten wir es tun, oder? Seid ihr noch da? Abfahrt!